liebe notinselpartner liebe freunde an unseren über 200 standorten in ganz deutschland möchte mich an der stelle einmal ganz persönlich bei ihnen melden und danke sagen danke für ihre langjährige unterstützung für ihre engagement was sie an ihren standorten für die notinsel jeden tag zeigen ja wir haben die notinsel ein wenig neu erfunden und wir brauchen dafür natürlich auch ihre mitarbeit sie haben in der letzten zeit hin und wieder post von uns bekommen auch die ankündigung dass jetzt demnächst die app in unseren stores ist also diese woche sollte es soweit sein und dass wir ganz ganz viel vorhaben ich glaube das ist wichtig die notinsel in das digitale zeitalter zu führen und darüber nachzudenken wie wir für kinder noch mehr erreichen können wie wir den weg oder die wege für kinder sicherer machen können und ja auch in ihre welt in die digitale welt transferieren können ja ich glaube wir haben uns ganz ganz viel mühe gegeben die app ist absolut toll sie wird ganz ganz viel kinder und eltern auch sehr hilfreich sein und ich glaube auch für sie als standorte und vor allem auch für die geschäfte gibt es ganz ganz neue möglichkeiten einfach mit der notinsel auf das eigene engagement auch hinzuweisen und gerade auch der einzelhandel zu zeigen dass er ja auch vor ort für kinder da ist und sicherlich auch den ein oder anderen sympathie punkt dadurch sammelt gegenüber den online händlern ja im januar werden wir ihnen für unseren presseauftakt dieses schild auch zu senden wir haben sie schon hier und da bitten wir dann alle auch tatsächlich darum einen pressetermin einen eigenen pressetermin vor ort zu planen um eben auf die neue notinsel app aufmerksam zu machen sie haben inzwischen schon ihre bestellungen teilweise aufgegeben für postkarten und plakate die es gibt also diese plakate hier wo wir auch natürlich auf die app vor allem hinweisen und die download möglichkeit geben und so weiter also wir wollen sie da unterstützen wir wollen neuen wind in die notinsel idee und in das projekt hineinbringen und brauchen natürlich ihre unterstützung wir wissen natürlich dass es im moment ganz andere herausforderungen gibt nicht nur für sie als standortpartner sondern vor allem auch für ihre notinseln für die geschäfte die teilweise vor ort ums überleben kämpfen wir hoffen trotzdem dass wir mit der notinsel einen kleinen beitrag auch hier zu leisten können und versuchen auch hier natürlich den geschäften möglichkeiten aufzuzeigen noch stärker auch präsent zu sein direkt am ort jetzt bleibt mir aber nur ihnen ein frohes fest zu wünschen sprechen sie uns an wenn sie fragen haben natürlich kommen sie auf uns zu auch wenn es jetzt im moment noch ein bisschen holpert vielleicht an der einen oder anderen technischen stelle das bekommen wir relativ schnell in den griff und dann können wir auch im neuen jahr wirklich mit dem projekt für den kinderschutz in deutschland im öffentlichen raum neu und frisch starten und ganz neue impulse setzen also ihnen frohes fest bleiben sie gesund und weiterhin auf ein tolles miteinander für den kinderschutz und die stärkung von kindern in deutschland hier jeroen braun